Ruhr-Meißner mit idyllischen Straßen Links und rechts Wanderwege, Aussichtspunkte Der Ruhr-Meißner ist ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel Jetzt nähen wir uns dem Frahrollenteich Tagtäglich kommen hier zu den besten Zeiten Sommer wie Winters Ausflugsbusse aus nah und fern Um den Frahrollenteich hier links zu sehen Links und rechts der Straße ist Naturschutzgebiet Arten und Vielfalt von Flora und Fauna kann man hier beobachten Man spürt hier den Atem der Natur Man kann sich entspannen vom tagtäglichen Alltagstrott Gesunde Bergluft lockt viele hier auf den hohen Meißnern Der hohe Meißner ist auf einem Wasserreservoir für den Werra-Meißner-Kreis vorai vorien vergluft Vielen Dank.